Du bist kreativ und willst mit innovativen Ideen Bern bewegen? Dann nimm auch du am Ideen-Wettbewerb für Berufseinsteigerinnen im Kanton Bern teil. Melde deine Idee jetzt an, mitmachen lohnt sich, es gibt tolle Preise zu gewinnen. Die besten Ideen werden am Berner Digitaltag vom 10. November 2021 von Stadt und Kanton Bern ausgezeichnet und der Öffentlichkeit präsentiert. Wir freuen uns auf deine inspirierenden Ideen. Neugierig, aber noch keine oder keine grandiose Idee parat? Kein Problem. Ein Coach zeigt dir in einem Innovationsworkshop, wie du Ideen in kurzer Zeit entwickeln und auf den Punkt bringen kannst. Du erlebst, wie innovative Ideen in der Praxis entstehen und lernst dabei viele gleichgesinnte Lernende kennen. Meld auch du dich jetzt an unter www.bern.ch slash digitaltag. Übrigens, frag deine zuständige Lehrperson, ob auch deine Schule eine kostenlose Teilnahme ermöglicht und dir eine Stunde Unterrichtszeit schenkt.